Weißt du, was ja wirklich die Frage ist, ob es überhaupt ein Neuzugang ist? Ich meine, wozu brauchst du irgendeinen Neuzugang? Weil wenn es funktioniert, wenn es System passt, ist alles in Ordnung und die Aufstellung ist in Ordnung. Es gibt immer eine spezielle Situation. Was für Situationen? Ja, wo man den engen Raum ausnutzen muss. Mehr, mehr. Das gefällt dir. Weißt du, anfüttern und dann nix sagen. Immer die Zange, bitte. Die? Ja. Das macht dir Spaß, ne? Wer viel arbeitet, muss gut essen. Benni, hast du Buschi gesehen? Nee, zum Glück nicht du. Ich bin auf der Flucht. Benni. Jetzt hör doch mal auf, ist ja alles gut. Schüttel doch nicht schon wieder mit dem Kopf. Wir machen das ganz anders. Ich weiß, dass du nix sagen darfst. Ich weiß aber eh, dass es um die Aufstellung geht. Ich nenn eine, du gibst mir ein Zeichen. Okay, das reicht. 433, 343, 532, 221. Es ist die 221. Es ist die 221. Es ist die 221, Leute. Ich kann sich auf den Kopf stellen. Es ist die 221 und nix anderes. Ich weiß was, ich weiß was. Ich weiß was. Benni, ich weiß es. Alter Gurkendieb. Ich weiß es. Und wenn's das. Ich weiß was. Ich bin da, ich weiß es nicht anders. Ich weiß was. Aber ich weiß es, was am wenigsten anodyten,